hoi da was geht ab leute team wabelt hier heute mit einer ankündigung dazu haben wir hier einen neuen spieler in unserem team ja mann wir haben uns verstärken geholt ja dennis bockmann ich denke ihr kennt ihn hat ein paar erfolge auf jeden fall vorzuweisen oder ich spiele schon eigentlich seit anfang an angefangen als ich da war also 2003 eben lange gespielt lange nur so ein bisschen auf lobes ebene habe dann meine pausen gehabt 2011 wieder angefangen haben 2012 habe ich getoppt deutsche meisterschaft getoppt andere nationals getoppt regional relativ große erfolge gehabt und ja wurde dann gefragt ob ich dem team beitreten möchte war von dem ganzen prozept ziemlich überzeugt der teammanager macht gutes marketing hat einen guten channel läuft alles super ist ein politik mit dem team mit drin und das ganze hat mich einfach überzeugt da möchte ich jetzt ein Teil davon sein ja wir sind natürlich auch in der aufbaufase jetzt also der stelle läuft jetzt schon länger wir haben es echt gut wir machen aber noch krasse videos noch noch geile zu machen zumindest und spielerisch proben wir es auch ein bisschen was zu reißen haben wir dann deswegen auch zu den rennes geholt der ist in münchen sehr bekannt guter freudag von mir auch von anfang an wo ich angefangen habe julie war ja auch einer meiner ersten partner sozusagen war nicht recht cool und ja da er jetzt auch ein teil des teams ist und wir mit gar nicht gesponsert werden soll er auch hier entsprechend auch was bekommen die climate die wir dann auch vorgestellt haben ein geiles t-shirt wir schauen mal ob wir da noch ein paar andere fachs mit dem t-shirt machen und natürlich highlight der geschenk wir wissen es eigentlich auch nicht ein ladenkabel aber der highlight also auf jeden fall ich freue mich sehr dass du dabei bist und jetzt habe ich genug und wenn du mal wirst du die gute sind die waren die komplette mit Füßen in der turnierszene zu vertreten oh yes danke euch das ist das ist